Ja? Wo sind die Rheinländer? Und wo sind die Pelser? Nur, dass ihr Zeit wisst. Netzdurchsträger, gell? Nur, weil wir ab und zu mal erwähnt werden. Wobei, es war nicht schlecht. Also eigentlich, ihr kriegt noch eine zweite Chance. Wo sind die Rheinländer? Schlecht sind sie, oder nicht? Und wo sind die Pelser? Für alle Pelser und für die Rheinländer, die das vielleicht gar nicht so gut vertragen wie mir, aber ein kleines gemütliches Liedschen noch zum Aufhaben. Für Zweifel ist hier, für Bad Erge, für den Walschmarkt, Fall 2. Für alle Pelser und für die Rheit. Vielleicht ist die Pelser und für das quelle Gelcalled sehen moderating. Das hat mich überstanden. Ein großer Weit, des Volkes, der Gäste, 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 der Gäste. Du musst dich fehlen, wenn wir noch nicht sein. Und dann, falls die Liebe, wenn wir noch sein, und so muss es sein. Das ist ein Wachstum, ein Wachstum, ein Wachstum. Das ist ein Wachstum, ein Wachstum. Das ist 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 ein Wachstum.